Exolution ist für mich eine der spannenden studentischen Initiativen hier. Es geht um komplexe Problemstellungen, die man bearbeitet. Es ist sehr viel Teamarbeit dabei. Dass man sich jedes Mal aufs Neue auf den Kunden einstellen muss, gleichzeitig aber auch immer in einem neuen Team zusammenarbeitet. Um Erfahrungen mit Unternehmen zu sammeln, aber viel mehr die Arbeit in Teams, an Projekten. Exolution ist für mich Herausforderung und Spaß zugleich. Persönliche Weiterentwicklung. Praxis statt Theorie. Eine Chance zu wachsen. Gemeinsamer Fortschritt. Teamwork. Persönliches Engagement. Exolution ist für mich Freundschaft.